Ciao zusammen, ich bin Jörg und heute laufen im Hintergrund ein paar Impressionen vor die Zürich Game Show. Plus ich muss einfach mal eins sagen, und zwar Danke! Jawohl, danke für deinen Support, für deine Likes, für deine Kommentare, das ist so geil! Miteinander haben wir es alle geschafft, die AT Army ist über 900 Mann, Frauen, Gross, Unglaubliche! Jetzt heisst es, nächstes Ziel, Road to 1000 Abonnenten! Danke für eure gute Besserungswünsche, die Teil-Lam, die hat mich sowas von gefreut, wow! Und das zeigt mir auch, dass ihr die Videos nicht nur durchskippt, sondern wirklich von A bis Z ansehen, sonst hätten ihr das gar nicht mitgekriegt, einfach ein fettes Dankeschön für die Besserungswünsche und gleichzeitig eben für den fette Support, dass ihr die Videos von Anfang bis Schluss durchschaut. Danke doppelt dafür! Wenn du dich jetzt aber fragst, hä, geht die Besserungswünsche, was ist denn los mit dir, Jörg? Kurz zusammengefasst, ich habe ein Problem mit meiner Nieren, ein Schmerz, immer wieder so wellartige Schmerzen, so stechende Schmerzen, es ist keine Nierenentzündung direkt, also es ist schon jetzt wie entzündet, ich muss schon Medikamente nehmen gegen Schmerzen und gegen so eine leichte Entzündung, es sind aber auch keine Nierensteine, der Arzt hat gefunden, wenn es Nierensteine wären, wäre das Problem klar, man wüsste wie vorgehen, aber das ist es nicht, im Ultraschall war alles gut, man weiss einfach nicht, wieso ich diese Schmerzen habe, manche, manche, was sage ich, manche der Arzt hat, es könnte auch stressbedingt sein, ich habe keine Ahnung, ob das der Fall ist, ich habe ja viel zu tun, ich weiss es einfach nicht, der Arzt weiss es auch nicht, aktuell nehme ich einfach Schmerzen und Entzündungen, habe ich gesehen, habe ich wirklich... Jawohl, genau, so Mittel nehme ich jetzt, und jetzt wird einfach geschaut, ich muss wieder zum Arzt gehen, wieder nachgeschaut, wenn es schlimmer wäre, oder akut werden würde, keine Ahnung, wenn man dem sagt, ich bin ja kein Arzt, ich bin ja irgendein normaler Typ, der keine Ahnung, ich bin nämlich wirklich nicht befasst, ja, wenn es schlimmer wäre, muss ich es um einen Fachspezialisten, und wenn es akut und besser wäre, das Weg wäre, umso besser, dann ist es einfach etwas gewesen, das man sich nicht erklären kann, aber es ist mir dann auch egal, wenn es mir dann wieder besser geht. So, kurz zusammengefasst zu meiner aktuellen Situation, und an dieser Stelle danke für eueres Verständnis, für die aktuelle Situation, weil jetzt gerade kein Video so gekommen sind, aber auch für andere Situationen, die ich auch schon mal hatte, wo dann noch über eine längere Zeit, ein Monat, zwei Monate, keine Videos gekommen sind, weil es etwas gewesen ist, und auch sonst immer wieder, wenn es so Sachen noch sind, das Verständnis für euch, für euch, von euch, für mich, so wie ich es richtig aussprechen, ist einfach bombastisch, und für das will ich euch einfach nochmal richtig fett Danke sagen. Kommen wir jetzt auf den Kernpunkt, um das was geht, bei Grisha Yeti grüsst dich. Das sind zum einen die Grüße von mir, Andy, und dann natürlich noch die Fragen. Jetzt mal zuerst die Grüße. Erste Gruße geht an den Pink Rooster, zweite Gruße geht an LOL TV, und der dritte, so wie bereits letzte Gruße geht an Joshua spielt. Pink Rooster hat sogar zwei Fragen. Seine erste Frage ist, coole Musik im Hintergrund, von wem ist die? Ja, weil die Musik im Hintergrund ist wirklich geil. Auch jetzt bei diesem Video läuft wieder vom gleichen Künstler die Musik im Hintergrund, und die ist von einem guten Kollegen von mir, vom DJ Noize. Er ist seit Jahren schon dabei, in dieser Szene, und hat auch weiss Ivo schon im Ochsen aufgeladen, und weiss Ivo, ich bin nicht wirklich in einer Szene drin, aber er ist dort wirklich ein gestandener Künstler. Wenn ihr euch fragen, was hat er sonst noch für Sachen, oder was macht er noch, ich verlinke euch einfach mal unten in der Videobeschreibung mit seinem YouTube-Kanal, und er will sich sicher auch über ein Abo von dir freuen, vonfern dir natürlich seine Musik gefallen. Zweite Frage ist, glaubst du, dass du tausend Abos dieses Jahr noch knacken wirst? Ich hätte nicht mal gedacht, dass wir die 900 werden, so schnell knacken, und wir haben es miteinander geschafft, und ich bin mir sicher, miteinander würden wir es herkriegen, die tausend Abos sogar noch dieses Jahr zu knacken. Ich wäre froh, die überhaupt schon zu knacken, egal wann, aber wenn wir das miteinander würden noch dieses Jahr herkriegen, meine Güte, wäre das geil hätte. Und natürlich tausend Abos, das würde heissen, es würde ein Abonnenten-Special-Video geben, oder irgendetwas, ich weiss doch nicht, das ist noch so weit entfernt. Wenn du aber findest, hey, die tausend Abos hast du verdient, dann unterstütze mich doch, und unterstützen kannst du mich ganz einfach, indem du meinen Kanal überall, auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, in der Schule sonst, das wohl, Schul-Internet, was es auch gibt, bei der Arbeit überall teilen, das wäre natürlich Hammer, wenn das supportet, das unterstützt mich extremstens, und ich hätte absolut nichts dagegen natürlich. Weiter geht's mit eurer Frage, die nächste Frage ist vom Joshua Spielt, Würdest du eine Sette-Selibe für 100 Franken anlegen? Nein, würde ich nicht. Der Fips hat eine ganz fiese Frage, Zug oder Bern? Du musst dich für eine entscheiden. Ja, zum Glück gibt es den HC Davos, und ich muss mich nicht entscheiden, wenn ich aber fiktiv entscheiden müsste, würde ich mich für Bern entscheiden, weil die einfach ein Hammer-Stadion haben, und weil die immer geile Matches haben, gegen den HC Davos, also dann würde es ja Davos nicht geben, jetzt hat die Match nicht gegeben, aber ja, einfach, ich würde Bern nehmen, einfach mal so. Nicht gegen Zug überhaupt nicht, damit Zug, wie es aussieht, wird die nächste Saison beginnen, da von NHL 18, also von dem her, ich habe auch nichts gegen Zug, sonst hätte ich ja gar nicht in der Umfrage reingekommen, aber wenn du dich fragst, was für eine Umfrage, ja, dann wird es Zeit, dass du das vorletzte Video geschaut hast, weil dort geht es darum, dort gibt es eine wichtige Umfrage, wie es weitergeht nach League of Nations, also mit welcher Mannschaft wird die neue Schweizer Saison bestreiten. Aktuell ist Zug, so viel mehr ist, einfach vorne hinweg, aber es kann sich alles noch ändern, wenn du noch nicht abgestimmt hast, geh unten in die Videobeschreibung oder klick hier oben auf das Eicone von diesem Video und gib dann deine Stimme der Mannschaft, die in der Auswahl dann dort drin mit dabei ist, die dir passt. Die Frage vom Joshua, so wie vom Fipsi, haben wir auf etwas gebracht, und zwar die nächste Ausgabe von Grisha Jeti grüsst dich wird eine Special-Frage-Ausgabe. Natürlich werde ich dort auch bei den Leuten grössern, also wenn du möchtest grösser werden, schreib jetzt unten her, Hashtag gröss mich und deinen Namen, dann werde ich dir natürlich sehr gerne auch beim Namen grössern bei der nächsten Ausgabe, aber jetzt geht es ja darum, wegen der Special-Frage-Ausgabe, was für Fragen sollen spezielle Fragen von uns sein, so ein bisschen in dem Stil wie eben von Joshua und von Fipsi, so Zug oder Bern, oder würdest du für so und so viele Fragen das und das machen, stellen so Fragen jetzt unten her, einfach Hashtag Frage und dann deine Frage her, schauen aber ein bisschen was für Fragen, sobald es um Fragen geht, wie würdest du für so und so viele die und die Person töten oder wer soll sterben, deine Mutter oder dein Bruder oder was auch immer, so Fragen werden nicht berücksichtigt, also schreib nicht so bis her, sech ein bisschen kreativer und stell eine geile Hammer-Frage rein, damit sie es auch schafft bei dieser Special-Ausgabe von Grisha, jeder grüsst dich, das wäre richtig geil, ich freue mich schonmal auf eure Kreativität bei diesen Fragen. Kommen wir zu den letzten zwei Fragen beziehungsweise Kommentaren, der erste ist von Benny Bleicher, wie wärs mit WWE? Ja, WWE habe ich bereits schonmal gebracht, das Video und dort frage ich euch auch, wie soll es weitergehen mit WWE, soll es überhaupt auf meinem Kanal mit dem weitergehen oder nicht? Wenn du das Video noch gesehen hast, dann geh unten in die Videobeschreibung, ich verlinke dir das natürlich wie alles andere unten in der Videobeschreibung, zeig dir das rein und beantworte dort meine Fragen oder gib deine Meinung dazu ab, wie es mit WWE da auf meinem Kanal Wi-Fi soll weitergehen. Nicht zu dem Video, sondern wirklich zum WWE Video. Geh dort hin, zeig dir das rein und gib deine Meinung dazu ab. Der Silvi schreibt, Geh dir Rainbow Six Siege, es ist ein mega geiles Game Pass, cooles Video. Zunächst einmal Dankeschön, dass dir mein letztes Video gefallen hat. Ich hoffe auch das Video gefallen und du zeigst mir das mit einem Daumen nach oben. Ihr alle natürlich herzlich eingeladen zu diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, würde mich richtig freuen. Jetzt aber zu dieser Frage beziehungsweise den Punkt Rainbow Six Siege. Ich kenne das Game von gesehen her, habe es aber noch nie gegeben. Ich werde es mir auch nicht zulegen, egal, weil ich habe keine Zeit für das Game. Ich habe ja sonst Sachen rumlaufen. Und wenn wir jetzt berücksichtigen, was ich hier aktuell auch für League of Nations dann wird es ja bald jetzt hoffentlich noch positiv für uns enden und nachher wieder eine neue Saison starten. Aber da steht jetzt keine Frage soll ich die Saison starten? Weil es gibt Leute, die sagen hey, wen kommt Crazy Playoffs? Das ist auch wieder, soll ich jetzt Crazy Playoffs vorbringen und dann die Saison oder die Saison Crazy Playoffs nebenbei. Aber wenn nebenbei, das geht auch nicht wirklich, weil ich werde ja noch FIFA bringen, dann kommt das neue Call of Duty, den ich will bringen, dann das WWE, das ja noch offen steht und das neue Mario ist ja auch noch am Start. Auch da wird es noch ein Video geben. Und wenn alles gut läuft, werde ich vielleicht die Möglichkeit haben, um eine Version des neuen Mario Odyssey für die Nintendo Switch zu verlosen zu können. Aber das ist alles noch im Planung. Also ich hoffe, dass es klappt. Wenn ja, dann werde ich natürlich das entsprechende Video mit einer Verlosung raushauen. Ähm, ja, also ihr seht, wenn ich nur schon das zusammennehme, muss ich ja fast jeden Tag ein Video rausbringen und das kann ich nicht. Es ist unmöglich, das so zu handeln. Ich probiere so viele mehr Videos wie möglich rauszubringen, damit auch die Qualität weiterhin passt und es nicht zu langweilig wird. Und auch, dass ich natürlich Freizeit habe und alles. Es muss ja alles in einem kurzen zusammenpassen mit dem Rainbow Six Sieg zu schnitten. Ich bin natürlich dankbar, wenn ihr mir solche Vorschläge bringen, wegen Videos oder wegen anderen Games. Vielleicht kann ich mal etwas bringen, mal eine Tour oder so. Aber richtige Serien wird es eher nicht geben. Da bin ich schon genug ausgelassen mit dem, was eigentlich schon besteht. Es ist schon ein anderes Video erwähnt, aber ihr erwähnt es auch jetzt sehr gerne nochmal. Jetzt sind natürlich auch sehr viele neue Leute dazugekommen. Auch für euch somit eine sehr wichtige Info, finde ich, von mir an euch, damit ihr wissen, wie das Ganze da ein bisschen abläuft. Ja, ich würde sagen, das war's. Es ist alles gesagt, eure Fragen sind durch. Ich konnte das loswerden, was mir wichtig war, um euch zu mitteilen. Und somit sind wir am Ende angekommen. von dieser Folge von Grisha Yeti grüsst dich. Vergessen nicht auf alles noch. Er hat zu schreiben in den Kommentaren, die ich erwähnt habe. Ich weiss gar nicht mehr, was. Wir haben so viel gelabert und schnarrt und gemacht. Darum beende ich das Video. Ich danke dir nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche, es hat dir Spass gemacht. Oder ich wünsche, ich hoffe, es hat dir Spass gemacht. Ihr habt gesehen, ich bin am Ende. Und somit wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!